Leute, da sind wir wieder im nächsten Part Batman, Arkham Asylum. Zweiten Anlauf. Schaffen wir es wohl. Den ganzen Mal machen. What? Oh, da ist wohl jemand nervös, ja? Scheiße, ne? Scheiße. Hier ist nur noch einer. Ja, da ist einer ultra nervös. Genau. Komm hoch. Komm, 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 komm. Da war noch ein Rittlerzeichen drin. Oh, da hat er noch fehl, besser gesagt. Hier bin ich natürlich noch mit. Guck mal hier, zack. Das ist doch ein Gitter. Wir machen alles auf jetzt. Alles auf. Das ist jetzt hier irgendwo auch noch. Das brauche ich ja noch nicht mehr. Da sind wir hier. Wo sind wir hier? Hinterhalb vom Kontrollraum. Stimmt das? So aus, he? Und sonst war hier ja nichts mehr. Das eine Sonne Gitter, das brauche ich jetzt nicht. Dann. Wo ist die Treppe? Achso, ich leite oder gekommen? Und die Leiter hoch. Von mir aus. So. Oh. Nicht runterfallen. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Gut. Zwei Gegner geordnet? Oh, da ist noch ein. Wo denn da? Zwei Gegner geordnet. Oh, noch so ein Messertyp. Ach da. Ach ja. Argonzeichen. Der muss die gerade nochmal hoch. Wo denn da? Wo denn da? Wo denn da? Hät man in Ruhe, kann man sich hier um Rätsel kümmern. Ich zerleg dich in... So, darf ich jetzt? So, wie komme ich jetzt da hin? Das Biest war zu stark. Die Wildheit dieses Tieres kostete mich fast das Leben. Ich ließ meinen Frust an einem einzelnen Patienten aus. Seine Patientenakten wiesen darauf hin, dass er Paradoichi zufrieden war. Sein Flehen, als ich ihn totschlug, wies auch noch mehr hin. Seine Geständnisse waren erhellend. Mein Weg war klar. So, was nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück. Oh Mann, keine Gegner. Hört ihr nicht zu? Ich sagte, stopp ihn. Aber er ist nicht gekommen. Strengt euch mehr an. Sonst werde ich... ...euch sehr wehtun. Ja. Kann man gerade mal den Detektivmodus anheben. Soll irgendwo... ...ein Rätsel sein. Dann wahrscheinlich da. Wie machst du das bloß? Oh, geht auch. Ne? Da ist mir noch einer. Klar. Hey. Hä? Das alles? Oh je. Oh je. Oh je. So händen auf den Typen konzentriert. Na mal. Ja. Das ist ein Raffer-liegen. Ist es gut? Ja. 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 So. Äh. Ist noch einer. Rettler? Rätsel? Wo? Wo? Welche Seite? Da? Da in der Ecke? Ach, da oben? Ah, da muss ich gleich mit dem Dings da. Mit dem, äh, mit dem Line Launcher. Na? Hallo? Hallo? Sag mal. Hör mal. Ah, aha. So. Line Launcher. Ah, da liegt noch was. Ein Patientengesprächsband, genau. Wer hat das denn hingelegt? Patientengespräch. Wellen Jones, alias Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhig gestellt. Werter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist äckelhaft. Äckelhaft. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auf den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ich habe auch deine Witterung aufgenommen, Lady. Wir sehen uns. Tick, tack, tick, tack. Ich habe auch deine Witterung. Ich weiß, du bist da unten, Vex, und ruinierst meine Pläne, bleib wo du bist, ich schicke einen Missfallensbeweis nach unten, ich hoffe, er verletzt dich nicht zu stark. Oh oh. Ich habe ein böses Gefühl. Ach, du kacke. Ach, du kacke. Ach. Hallo. Agua. Hm. Gut, ich bin dabei. Ja. 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 Jawohl, danke! Ja! Ach, shit! Falscher Knopf! Mal wieder! Du wirst auf dem Boden liegen und du! Mann, schon wieder falscher Knopf! Oh, Leute, ey! Komm, komm laufen jetzt! Aua! Mann! So! Wo ist er? Bam! Bam! Shit! Sag mal! Was mache ich denn, ey? Battler, ey, Mensch! Nervt! Oh, genau werft du mit dem Typen, ey! Halt! Bist du mit? Alles okay, Kumpel! Alles okay, Kumpel? Komm! Du musst dein Löcher haben, wo früher dein Gesicht war! Lass mich! so